Oh, mach doch noch mehr Krach im Wasser, du Idiot. Wir sind hier anscheinend in so einer alten Bunkeranlage und ich höre hier auch schon wieder irgendwelche Typen. Vorsicht, Vorsicht, es ist voller Benzin. Geben wir mal die andere Schulter. Wie zum Teufel kriegen wir es die Treppe rauf? Gute Frage. Wir lassen es erst mal stehen und holen ein paar von den anderen, bitte. Ha, 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 Penner. Alles klar, hier haben wir niemanden mehr, obwohl sie immer noch geduckt läuft. Das heißt, hier treiben sich auf jeden Fall noch Feinde rum. Okay, okay, dann wollen wir doch mal schauen. Erstmal nehmen wir hier die Typen wieder aus. Okay, Pfeile haben wir noch genug. Hier in diesem Kämmerchen haben wir auch nichts weiter. Machen wir mal die Treppe rauf. Wir müssen hier nach oben auf den Funkmast. So, und ich mein Freund. So, zack. Keiner verlässt diesen Ort. Da liegt so ein altes Kabel rum. Da ist so ein paar Laternen. Die scheinen sich hier so ein bisschen häuslich eingerichtet zu haben. Ah, cool, eine Laterne. Was kann ich jetzt mit der machen? Ah, die kann ich mit... Die kann ich werfen, wenn ich will. Hm. Niemand geht. Hm. Hm, okay. Zack. Einmal hier hoch. Dann hier durch. Zack. So. Was haben wir denn hier? Hier haben wir so einen Hebel. Den werden wir gleich mal wieder ausschalten. Dieses Gas, was da ausströmt. Wow. Jetzt zieh ich dir beim Scherben. Ach du Scheiße. Moment. Das war's ganz bestimmt nicht. Tja, schade. Was? Komme ich hier nochmal hoch? Ich glaube nicht, oder? Nein. Na, wo ist der Kerl? Da hinten liegt er. Oh, was haben wir denn da? Eine MP. Beende ich. Bitte. Bitte. Töte mich einfach. Ich glaube, das hättest du wohl gerne, mein Freund. Du kannst mich mal. Okay, weißt du was? Stirb. Penner. So. Okay. Oh, gefällt mir. So, gucken wir uns mal hier um. Haben wir... Hier liegt doch was, oder? Ja, da ist doch was. Ein Geocache. Hier haben wir Munition für das Teil. Und hier liegt wieder so ein Tagebucheintrag. Feldbericht der Expedition. Feldbericht der Expedition. Trotz des Verlusts von zwei Frachtern durch starke Stürme ist die Expedition gelandet. Wir haben ein Kommunikationszentrum oben in den Bergen errichtet und mit dem Bau einer Basis an der Küste begonnen. Bei ersten Erkundungen wurden mehrere mögliche Ausgrabungsstätten entdeckt. Die Insel ist viel größer als zunächst angenommen und übersät mit vielen Jahrhunderten Geschichte. Die Identifikation der Ursache der Stürme kann langwierig und anstrengend werden. Aber im Erfolgsfall ist uns der Sieg in diesem Krieg gewiss. Mhm. Okay, scheinen wir uns hier doch unfreiwillig länger aufzuhalten. Jetzt, Lichter! Ah! Ich mach dich fertig! Ach du! Ich mach dich fertig! Ich mach dich fertig! Ich mach dich fertig! Euer Götter! Ich mach dich fertig! Ich mach dich fertig! Ja, schade. Ich hätte das Quick-Term-Event, glaube ich, das Slow-Mo-Moment, glaube ich, ein bisschen geiler nutzen können, wenn ich es gepeilt hätte. Aber so ist es ja auch ganz gut gegangen, oder? Ja. Was haben wir denn hier? Können wir hier was machen? Das sieht so auffällig aus. Nee, okay. Ist klar, hier haben wir auf jeden Fall ein neues Lager entdeckt. Habe ich hier nicht noch mehr Leute erschossen? Scheinbar nicht. So, wo ist denn genau mein Lagerbaum hier? Achso, schade. Das hätte ich in die Luft sprengen können. Wow! Alles klar, mindestens einer ist hier noch. So, komm schon, Lara! Ja, sehr schön. Okay, da scheinen wir diesen Funkenmast-Funkturm zu haben. Zumindest scheinen wir innen drin zu sein. Na, tja, schade. Alex, bist du da? Ja. Die Konsole ist Schrott. Verdammt! Gut. Wenn hier kein Elektromarkt ist, dann musst du es manuell über die Wartungskonsole erledigen. Okay. Das klingt doch ganz einfach. Ja, dann, äh... Du musst sie erst mal finden. An diesen alten Türmen werden sie meistens oben angehört. Oh, na super. Ich meine... ...ganz oben. Schon wieder klettern. Großartig. Na gut. Immerhin. Schrei um Hilfe. Funkturm erklimmen. So. Ich will mal wieder mit dem Bogen ein bisschen mehr machen. Hier haben wir noch ein Tagebucheintrag. 6. September 1982. Jetzt bin ich allein. Die anderen sind alle tot. Und das ist doch gut so. Ich habe von den Klippen aus zugesehen, wie ihr provisorisches Boot von den Stürmen hin und her geschleudert wurde. Die Wolken sahen aus wie eine Hand über dem Wasser, die vehement an dem hilflosen Boot zerrte. Keiner überlebte den Zorn dieses Sturms. Ich habe es genau beobachtet. Der Sturm war örtlich begrenzt und kam unvermittelt. Und genauso plötzlich war er auch wieder weg. Und das Interessanteste daran, er wirkte nicht zufällig. Ich spürte Emotion, Absicht. Ich weiß nicht, was auf dieser Insel vor sich geht. Noch nicht. Aber wenn ich entkommen will, muss ich dieses Phänomen zuerst begreifen. Jetzt beginnt meine eigentliche Aufgabe. Na, Mensch. Okay. Hier scheint mehr im Busch zu sein. Was haben wir denn da? Was ist das denn? Ach, das können wir anzünden. Und wir haben ja hier... Fass den Scheiß doch nicht an, du Idiot. Okay. Komm, anscheinend nur da lang. Au! Oh, ich... Das mit dem Turm muss jetzt mal klappen. Das mit dem... Diese Perspektive ist ja mal der Hammer. Vor allem, dass ich dabei nebenbei steuern kann. Das ist ja echt richtig geil. Okay, mittlerweile scheint es wieder Tag geworden zu sein. Oh, sieht das geil aus, Leute. Das ist doch nicht normal. Okay, was mich mal interessieren würde. Kommen wir hier wieder rein? Nein, kommen wir nicht. Schade. Ich kann diesen Teppich wohl nicht mehr in Brand setzen. hui! So, hier haben wir einen Lagerplatz. Ja, will ich doch. So, und da wir einen fertigen Fähigkeitspunkt bekommen haben, will ich den mal gleich probieren. Hier einmal die Jäger-Upgrades. Wie die Kämpfer-Upgrades. Ich will mal die Jäger-Upgrades, glaube ich, machen. Finde ich geiler. Ich will den... Wie gesagt, ich will den Bogen ja erstmal ganz gerne machen. Hm. Ein Gewichtheber. Ich konnte mal noch irgendwas mit dem Bogen machen, oder? Das war der Bogen-Experte. Das war der sichere Schuss. Den kann ich noch nicht... Den kann ich auch noch nicht, so wie ich das sehe. Hier denn noch gar nichts? Meistern Sie vier weitere Fähigkeiten, um Rang 2 freizuschalten. Abgehertet. Ah, alles klar. Das heißt, ich muss erstmal die anderen so ein bisschen upgraden. Dann gucken wir mal hier die Kämpfer-Upgrades mal durch. Schmerztoleranz. Halten Sie im Kampf mehr aus? Schmutzige Tricks. Axtiebe. Dafür brauche ich erst wieder Rang 2. Okay. Kann ich denn noch hier was bei den Überlebens-Upgrades machen? Mhm. Das hier will ich, glaube ich. Da kriege ich mehr Bergungsgut. Das ist ziemlich geil. Ja. Zack, das meistern wir doch mal. Sehr gut. So. Dann können wir, glaube ich, mit dem Bergungsgut, was wir haben ja mal ordentlich was gesammelt, können wir, glaube ich, schön was machen. Und zwar will ich den Bogen mal komplett meistern. Einmal die dickere Sehne hier. Sehr schön. Damit haben wir den dann sozusagen komplett abgegradet, glaube ich. Okay, was haben wir, können wir denn hier noch was machen? Großraummagazin. Hui. Ich würde mal sagen, als nächstes machen wir uns dann den Bogen scheinen wir noch weiter upgraden zu können. Oder wir scheinen verbesserten Bogen irgendwann zu kriegen, weil der nur 20% hat. Aber die Pistole werden wir uns dann, glaube ich, als nächstes mal vornehmen. Was haben wir denn hier? Den Salvenmodus. Drei Schuss Salven. Och Gott, nein, der ist scheiße. Erweitertes Magazin. Das hört sich doch gut an. Für 200. Belüfteter Schlitten. Rückstoß, Kompensierung, Präzision und Schaden erhöht. Das klingt auch ziemlich geil. Ja. Ich glaube, wir kümmern uns dann mal um die belüfteten Schlitten und das erweiterte Magazin der Pistole. Sehr gut. So, da haben wir doch jetzt wieder ein bisschen was reingepumpt. Das ist gut. Da drüben hin. Okay. Wow. So, zack und drüben. Nein. Mist. Ich habe zu früh gedrückt. Ah, verdammt. So ein Mist. Das ist doch nicht normal. Ja, meinst du? So, zack. Diesmal kriegt mich der Pisser nicht. Okay. Komm her. Komm her. Wetter. Loslassen. Warum? Ich habe doch, ich habe doch gedrückt. Ich habe doch gedrückt. Warum geht das nicht? Es muss gehen. Schnee. Wie gesagt, ich... Das ist doch nicht normal. Ich bin nicht gut in Quick-Time-Events. Zack. Komm her. Jawohl. Geht doch. Alles klar. Da hinten haben wir schon welche. Da habe ich welche gesehen. Verdammt. Wie viele sind es? Oh. Scheiße. Alles klar. Zuerst mal den... Okay, irgendwo da oben ist noch einer. Aber ich sehe ihn gerade leider nicht. Da hinten. Komm raus. So, preschen wir uns mal vor hier. Aktuell sehe ich noch keine weiteren. Da. Scheiße. Komm schon. Nein. Geh weg. Oh. Kopfschuss auf die Entfernung. Das war gar nicht mal so verkehrt. Alles klar. Einmal schnell die Leichen gebrinnen. Ah, scheinbar war es das. Na, komm her. So. Sehr gut. Können wir hier hinter? Tanze. Wow. Erst klar, wo sind sie? Da. Moment. Da kriegen wir doch was gebacken. Oh, 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 oh. Da steckt was in der Luft. Ah, ich liebe Grafik. Ist klar, hier scheinen noch welche zu sein. Machen wir uns mal ein Stück weit davor hier. Ich sehe hier aktuell wieder niemanden. Vielleicht sagt uns der Jägerinstinkt ein bisschen mehr. Aber auch nicht. Okay. Ich glaube, ich wechsle mal kurz wieder zur Pistole. Hopp. Einmal hier runter. Da. Oh, verdammt. Das ist doch so ein verdammter Molotow-Werfer. Okay, so. Das scheint es erstmal gewesen zu sein. So. Zack. Nehmen wir dich mit. Nehmen wir dich mit. Und nehmen wir dich mit. So. Kommen wir hier irgendwie rauf? Da waren noch diese Typen oben. Die müssten dann auch immer noch liegen. Nachdem wir da das Gebäude in die Luft gesprengt haben. Ah, da scheinen wir von da drüben ranzukommen. Einmal wieder runter hier. Zack. Ich hab doch gerade nachgelangen. Hey. 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 die ich noch lebe, Kollege. Boah, verdammt Angst. So, nicht mein Freund. Komm schon. Wo seid ihr? Da. Ah, so ein Mist. Komm schon, komm schon. Einmal kurz ein bisschen weiter zurückziehen. Gott, wie weit kann der bitte werfen? Der muss im Sport aber ordentlich gut gewesen sein in der Schule. Oh, lebt der immer noch? Das gibt's doch nicht. So, komm, zack. Da hinten. Da hinten. Bei dem Nächsten. Oh Gott. Das scheint, ja... Scheint was Größeres zu sein. Ach, du Scheiße. Okay. Ich hab doch Umschalt gedrückt. Oh, hab ich nicht. Alles klar. So, da ist Umschalt. Ah. Moment. Ich muss einmal ganz kurz... Na los. Na los. Na los, komm her. Versuch was. Komm. Daneben. Ach, Treffer. Na los. Jawohl. Geht doch. Sehr schön. Sehr schön. So, zack. Dann looten wir den ganzen Kram mal wieder. Das lief ja besser als erwartet. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. So, zack. Nehmen wir mal wieder den Bogen in die Hand. Dann wollen wir uns mal hier umgucken. Haben wir hier in diesen Räumen irgendwas? Irgendwie Kisten, Bergungsgut oder sowas, was wir mitnehmen können? Scheinbar nicht. So. So.